Es gibt natürlich Fotografen wie Sand am Meer. Es werden, glaube ich, jedes Jahr 700 ausgebildet, die zwar auf so einer anderen Schiene laufen und ganz wenige. Ich glaube, nur in Hannover gibt es richtigen Journalismus. Und es hat sich so weit geändert, auch durch das Digitale, das heutzutage ja jeder fotografiert. Und ich finde es oft sehr schade, dass Fotografen wie Kameras behandelt werden, die im Regal stehen. Die nimmt man dann, wenn man irgendwas sucht, nimmt man aus dem Regal, fotografiert damit und stellt sie wieder rein. Und es wird nicht die Persönlichkeit, wird teilweise, sagen wir mal, ein Fotostil wird gesucht, aber die Persönlichkeit wird außer Acht gelassen. Und das war beim Stern immer toll, weil wir waren meist Teams, ich bin sehr gerne in Teams gereist. Und da hat man dann für die Sache gekämpft. Also man hatte dann immer das Ergebnis vor Augen und wusste oder hat abgesprochen, wo wir hinwollen, auch inhaltlich die Richtung und auch, was der Fotograf dann einbringen soll und auch Text oder in welche Richtung zumindest. Und das war ein tolles Arbeiten. Es war inhaltlich immer, es machte Sinn. Und das finde ich zum Beispiel am Fotografieren oder was ich fotografiere immer, das soll Sinn für mich machen. Ich mache zum Beispiel ungern Tankstellen fotografieren oder irgend so was oder irgendwie Stillleben. Ich mache gerne Fotografie, die Sinn für mich macht. Und das war auch beim Stern immer möglich. Und da war der Stern auch ideal dafür oder ist.